Moin, was geht ab ihr Lümmels? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Road to Lümmisch One. Mit dabei ist natürlich, wie man es schon hören kann, Gento Mento. Moin! Boah, haupts genommen. Und ja, wir starten ganz frisch in Liga 3. Wir haben ja in der letzten Folge den Abstiegskampf absolut gewonnen. Alter! Und ja, jetzt versuchen wir mal, ne? Oh scheiße man, wenn Haaland wirklich noch dran gekommen wäre in irgendeiner Art und Weise. Ja. Schön berührt, also den Ball. Absatz. Absatz? Alter, what the heck, ey? Also noch weiter im Absatz geht auch nicht, ey. Ja okay, geht schon, aber... Wie? Aua. Hahaha, danke! Nein! Oh mein Gott! Ja, alles gut. Die Idee an sich war ja gut. Nur die so nah an der Seite aus Linie zu machen, semi optimal. Mal. Mal zurück. Rot. Das geht gelb. Oh Mann. Fränki! Ich finde, da hätten wir auch direkt eine Rote geben können. Machst du beid? Ja. So ungefähr dahin. Hätte ruhig ein bisschen weiter sein können. Mit Höher. Ja, habe ich danach auch gemerkt. Ich glaube, ich habe zu lange die Taste gedrückt. Oh lol! Oh lol! Warum kriege ich denn auf einmal so aus dem Nichts? Willkommen zu FIFA. Mal schluck auf, ne? Ich lasse gleich komplett aus. Schönes Ding. Stell dir vor, du bist am Flirt und kriegst einen Schluck auf. Und dann kannst du direkt sagen, na Baby, willst du auch gleich schlucken? Okay. Nein! Schade, Mann. Das geht auch gelb. Schade, dass die noch nicht das neue Trikot anhaben, ne? Es wäre eigentlich Ehre von EA gewesen, das mal in einem Update rauszuballern, ne? Ja, aber dann lohnt es sich ja nicht mehr, Dinge zu kaufen. 21. Ja. Lohnt es sich aber dann trotzdem nicht, finde ich. Hä? Nur wegen der Trikots? Boah, neu. Nein! Scheiße, Mann. Wollte gerade erstmal scheiß Idee sagen. Elfmeter. Und rot vielleicht. Oder dunkelgelb. Dunkelgelb. Ja. Ich würde sagen, das ist hellgelb, aber... Hellgelb. Schade. Äh, und sie? War nur immer der Scheiße. War nur immer der Scheiße. Ja, ein bisschen. Ja, und jetzt, hm? Oh, lol. Lol. Brudi, renn! Du bist schneller! Der war schlecht. Ja. Aber sag's ihnen nicht, damit die weitermachen. Okay. Der war auch schlecht. Schade. Bruder! Oh mein Gott. Der war gut. Wie lang muss man denn haben, um den da noch zu bekommen? Na ja, du hast es gesehen. Boah, war nur Scheiße, Mann. Der ist ja mal im Flug auf, ist das. Na, Mann. Ja, komm, jetzt drehen wir mal ein bisschen auf hier. Ja. 5-1 gewinnen. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Hast du. Hm? Hast du. Scheiße, Mann. Der hätte minimal früher kommen müssen, Mann. Dann hätte ich sowas von easy gehabt. Doch bevor du dich gedreht hast. Ja, aber hättet ihr den da nicht richtig krippelhaft... Wow. Nein. Erstmal mit Sagadou die Säge auspacken, ne? Lol. Alles klar. Sorry, da wollte ich nicht hin. Aber okay. Scheiße, Mann. Ich dachte, er nimmt ihn direkt mit. Ja? Geh ins aus. Pff. 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 Hast du? Oh, lol. Oh, lol. Ja? Ich gehe da woher nach vorne. Okay. Oh, Gott. Oh, Gott. Warum sind sie denn zum Gegner grätschen? Tut mir leid. Ich kann nicht einstellen, möchten sie bitte zum eigenen Spieler grätschen oder möchten sie zum Gegner grätschen? Muss ich wohl auf die falsche Taste gekommen sein. Das drückst du einfach hier demnächst. Ja, mach ich. Na komm, jetzt lass mal wirklich konzentrieren, Mann. Ich bin gleich nicht hier. Seh ich nicht. Jetzt! Schieß. Komm, hämmer ihn rein, Mann. Ne. Hämmer ihn rein, Mann. Der Satz hat mich voll rausgebracht. Ja, wahrscheinlich. Ja, Alter! Der war schon Zucker. Hm. Hast du? Nein! Das war so schön gedacht, Mann. Hast du. Komm, du bist schneller als er. Naja, aber wenn er die ganze Zeit nur hinten reinläuft, bringt das auch nicht viel. Lol. Schade, Mann. Ein bisschen zu fest. Toll. Toll. Jetzt ist der BD durch, Digga. Keine Chance. Nice. Danke. Ich hatte kurz über dich Grätsche oder normal reinstellen. Nee. Und dann habe ich mich für normal entschieden. Das ist cool. Aber nur bei Grätsche, glaube ich, auch funktioniert. No. Bestimmt. Aber da dachte ich so, ja, okay, dann pfeift der Huren so wieder Elfmeter. Oh, schöner Kopfball. Das ist gut. Nee. 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 Das ist gut. jetzt ich habe auf Reus geachtet, weil der ist nach vorne gestürmt nice, schön gespielt ich dachte, du hättest Reus gehabt weil Reus ist so nach vorne gestürmt dachte ich so, okay, jetzt spiele ich ihn und dann hast du aber niemand anderes ich so, okay oh, schön die Hacke ausgepackt jetzt, ah schön um zurück was was warum lass ihn doch durch, man das war so zucker gespielt von uns lol 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 rips mach ihn um ja, ich lauf ihn lieber ein bisschen um oh, hasse Reus oder Haaland oder mach ihn selbst geht auch schönes Ding danke er läuft da einfach durch, alter Hakimi im 75 Meter Vollsprint lass mich durch ich werde ihn zu kriegen oh, stark schön schön geblockt bis ins Aus danke oh, ho, 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 ciao bye, bye hau zu rein tschüss, viel spaß beim duschen ja obwohl, mach ich gleich selber pfff ach komm, um runter nein oh, gut du weißt, dass das der Segen ist pass doch noch mal runter in dem Moment ah hab ich, hab ich mach ihn nein runter, runter, runter scheiße, man hä, mal ihn rein hä, mal ihn rein mal auf, alter sonst kannst du dich ja verbringen, ey oh, nein Messi, wer ist das? der da keine Ahnung wer ist dieser Messi? und warum hat der Chaos zu Hause? Bruder, hättest du runtergepasst das wäre so Premium gewesen was mach ich denn da? ich dumm komm Kevin, nicht unkontrolliert nach vorne spielen Karma kommt, ne? ja siehst du? wow absolut Tops genommen hast du ihn und hast sogar noch den Ball ja oh nice kein Abseits? ja man richtig schön Alter war das Zucker ja wechseln wir mal, ne? ich glaub die gehen raus, aber ne, ne, die gehen nicht raus die wechseln Junge, was ist das mit dem Beeren-Schluckaufdecker? ok erstmal tic-zac reinschrauben in diese anderen Drogen äh, ja man sagt der Kerl mit dem Gaming-Booster ja man ja man tic-zuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc da erschrecken zu wollen und sagte, wenn er ihn erschreckt, dann würde der Schluckauf weggehen im Prinzip müsste dein Vater jetzt einfach von hinten mit so einer Sirene reinkommen und dann könnte es eventuell funktionieren ja ja, aber ich glaub mal, mich kann man nicht erschrecken na doch war schwer alter nein mach ihn nö das war's ey ja, jetzt gehen die raus ehre genommen ja tschüss, mach's gut bye bye ha 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 guten Leute, wir sehen uns gleich zur zweiten Partie wieder, bis gleich hallo und herzlich willkommen, Fleischling ha 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 und geh Leute, willkommen zurück außerhalb der Pause wir spielen erneut gegen Barcelona, sind das vielleicht dieselben? tschüss, auf drei mach's gut bye bye ich glaub das sind echt dieselben, ne ich glaub die überlegen gerade, gehen wir raus ja vielleicht, vielleicht ne, Ungesicht und Babbebu ach, man kennt den Digga ja was haben wir getan gegen die, haben wir gewonnen? yes sind die rausgegangen? ne, wir haben doch gegen die gegen den Abstieg gespielt und haben gewonnen ich weiß warum fragst du dann? ne ich weiß nicht der kleine Kevin braucht Bestätigung lol lol, und das pfeift der nicht? doch, hat der what the heck, alter willst du passen? ne du bist so ein ehrenloser der geht eh nicht rein, das ist der Segen gut, dass ich den nach oben gemacht habe, aber es hat nicht funktioniert du Böhre der wäre ja nicht mal reingegangen, wenn man das zur Hochkart gestellt hätte ja, wie gesagt, wenn er den Ding jetzt nicht genommen hat, wie ich den wollte, den Spin ja, ok, alles klar da sollte der ja nicht hin, du Lappen ja, ich weiß trotzdem ach, ok was du gesagt hast ok mich zu nerven du machst die Fresse auf, da wird die schon genervt ja die scheiße man was? wie hoch haben wir gegen die gewonnen? boah, ich glaub knapp ja ich glaub 3-2 oder? oder haben wir 2-0 gewonnen? ich hab keine Ahnung nein man, das das war doch das Abstiegskrimi ja man, irre aber da haben die noch Manchester City gespielt ja, stimmt und dann haben sie gemerkt, oh wir können nichts und haben ein Team genommen ja, das Geld gibt, ne? oh mein Gott und dann haben sie gemerkt, wir können nichts und dann haben sie ein Team genommen, wo sie noch weniger mit können ja Arscheluna ja ich geh erstmal richtig schön ins Tor hier, weil der geht nicht rein oh, lol lol so, jetzt nach vorne, Leute lol, was? wenn er warum verliert warum warum gute Frage, nächste Frage Reus, Alter was kannst du denn? vergiss einfach den Ball zu Hause oh, lol fleißig und kontrolliert nach vorne spielen ja, tut mir leid sollte zwar da nicht hin, aber ja, das sagst du immer jetzt oben frei, Digga ja, sollte halt aber wirklich nicht da hin hehehe nein, er hat mich geschubst die dumme Sau er hat mich geschubst, Alter weil er rutschen wollte hat er mich geschubst, die dumme Sau leu 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 Leute, nicht so blit nach hinten spielen hehehe schieß doch hehehe Ja, war ja sehr stark von dir. Das war Premium-Creative, Digga. Richtig gut, ey. Oh, leih. Leute, nicht um... Schreib mir den Hotzeit. Nicht unkontrolliert nach vorne spielen, Mann. Joom. Nein! Oder wohin? Weiß ich auch nicht. Frag mal Sancho, der war motiviert. Ja, anscheinend nicht. Er war motiviert, deswegen hat er so hochgeschossen. Er war motiviert. Nee, nee. Er war motiviert. Er war motiviert, Digga. Er war motiviert, Digga. Wow. Kevin, nicht unkontrolliert nach vorne spielen. Ja, warum denn? War doch gar nichts. Ist nicht mal bei Gegnern gekommen. Der ist doch vollgepasst. Schieß! Dieses andere oben. Oh, Fleiß. War's denn? Ist nicht mein Problem gewesen. Wo bist du denn jetzt in der Mitte wieder? Das muss ich selber schießen, oder was? Hä, bist du dumm? Haaland war doch voll frei, Alter. Ja, ich weiß aber nicht, ob das geklappt hätte, weil... Oder ob du vorbeigelaufen wärst in dem Speed. Ja, genau. Aua. Oh, Fleiß. Du kannst auch passen. Sorry, Kevin. Du mal, Hohensohn. Nein, 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 nein! Hohensohn. Ja. Aber Kopf konzentrieren, das geht so. Finde ich jetzt aber auch, ey. Weißt du, die machen das jetzt so ernst, so? Ja, ja, die schwitzen voll, Alter. Merk ich gar nicht von. Merk ich gar nicht von, alles klar. Merk ich gar nicht von. Von deinem Deutsch merkt man auch nicht viel. Ne? Nein. Oh, Kevin, was machst du da für eine Scheiße? Kevin, nicht unkontrolliert nach vorne. Du umgezogene Hodenschlunze, auch nicht schlecht, ey. Ich hab's ja Hobelschlunze gesagt. Ach so. Hab ich aber so verstanden. Ey, Trigger, langer Ball nach vorne. Komm, mach. Eine lange Bine. Manchmal leckst du bei mir. Ich weiß nicht, ob das der TS ist. Nein. Weiß ich nicht. Hä? Hast du mir jetzt ernsthaft den Ball weggenommen? Ja. Keine Ahnung, was ist denn? Ich war nicht geplant. Oh, geil, ey. Ich dachte, du hast sie mir wiedergegeben. Nein, Mann. Ich wollte schießen. Plötzlich läuft mir da so ein Gelber vor die Fresse. Der Geist, du bist ein dummer Messi, ne? Guck mal, hier. So ein Hakimi, der kann das. Aber nicht du, du dummer Messi, Alter. Tschüss, weg bin ich. Geht mal wieder. Hab ich doch. Alles geplant, ey. Guerrero. Oh, zurück auf Witzel. Oh, leil, Fleiß, ja. Da konnte ich jetzt nichts mehr machen. Dich kann man echt zählen. Was? Ach, auf dich kann man nicht zählen. Echt zählen. Ja. Oh, ganz unkürster Reus. Ganz unkürster Reus. Ganz unkürster Reus. Ganz unkürster Reus. Da kommt der Haarland. Und der macht den Scheiß, Digga. Vor allem, Alter. Ohne Witz, wie flüssig du gewechselt hast. Und ganz unkürster Reus. Da kommt der Haarland. Richtig gut, ey. Letzter Kommentator. Wohin? Oh mein Gott. Ich glaube, Haaland und Sancho haben ein bisschen zu viel miteinander gechillt. Egal, da war ein Vogel, der wollte er wegballern. Nein, Spaß, eigentlich war da nur ein Schalker. Ist mal weg damit, ey. Mal zurück. Klar. Wenn ich hab. Okay. Junge, Junge, Junge. Ich schwöre. Wir hätten schon 1-0 geführt. Ja. Wir hätten vielleicht sogar schon 2-0 geführt. Wenn du auch Kreuz gepasst hättest. Wir hätten sogar schon 2-0 geführt, wenn du mir nicht in den Schuss gelaufen wärst. Da konnte ich nichts führen, der war da schon. Ja, genau. Ist vor dir gespawnt, ne? Ja, Mann. Gerehspawn. Gerehspawn. Auch wenn ich mal ein Reh umfahre, dann sag ich der erste Gerehspawn. Wow. Alter, wie lange hast du an dem Witz gearbeitet? Gar nicht, der ist mir so spontan eingefallen. Alter, aber der war nicht schlecht, ey. What the heck, ey. So heißt die Folge jetzt auch. Rehspawn. Dann hab ich nicht gesehen, dass er gerespawned, lol. What the heck, ey. War auf einmal da. Wow, Kevin. Nicht unkontrolliert nach vorne. Bruder, ich hab ihn. Oder auch nicht. Aktuell. Jumia, weißt du warum? Die sind alle platt von Barcelona, ne? Ja? Ja. Loll. Ich glaub, die haben den Konten, ne, die haben nicht den Konditions-Bug, sonst werden die Dinger schon weiter unten. Es gibt keinen Bug, der hat nämlich früher auch auf Pressing stehen. Ernsthaft? Ja. Loll. Aber das wusste ich vorher nicht. Ich hab's mir mal durchgelesen danach. Extrem schnell ermüden. Loll. Von daher, die Bälle ist incoming, Digga. Selbstmesslich kann ich, Digga. Der Messik konnte noch nie, das ist ein Rentner. Guck, 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 guck dir das mal an, Digga. Wie lustig die sind. Außer dem Beli, der ist frisch eingewechselt. Aber der wird auch gleich nicht mehr können. Oh, loy. Muss los. Oh, loy. Schnell runter, schnell. Was machst du denn da? Warum denn nicht runter? Tell me more about it. Schön. Loll. Hä? Nein, ich wollte oben auf Guerrero warten. Ja, aber warum hast du nicht vorher schon irgendwie auf Haarland probiert? Ich weiß, ich dachte, das war dann zu schön, dass der Pass überhaupt ankommt. Na gut, das stimmt natürlich, ne? Weil ich hab halt extra versucht, mich irgendwie freizulaufen da. Schön. Das ist halt tief durchatmen, Mann. Immer schön durch die Hose atmen. Ja, Mann. Ey, mein Schluckauf ist weg. Nice. Das war die beste Dingerholung. Nein, Digga. Das war die beste Dingerholung. Nein, Digga. Das war die Dingerholung. Pause. Pause. Die Besprechung. Alle zusammenkommen. Alle zusammenkommen. Rudebildung. Mach mal Ding ins vielleicht rein. Brand. Ja, mach ich das auch. Vielleicht für Reus oder so, weil der ist schon ein bisschen... Was? Da geht der Befragung. Ich geh Guerrero raus. Reus ist ja noch relativ schnell. Guerrero ist er langsam. Aber Guerrero ist halt Bendig. Aber Guerrero ist halt Bendig. Crero? Bendig, sagt man das? Crero. Ja, kann schon. Mkhitaryan. 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 Der hieß mal Hendrik Mkhitaryan. Hendrik Mkhitaryan. Ich weiß gar nicht mehr, wie die das gesagt haben. Hendrik Nikitarian. Ja, 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 ja. So hat er deutsch ausgesprochen, aber amamisch ausgesprochen. Ja, ja. Ja, wir haben auch keine Ahnung, was wir uns bemühen. Weil ich schon auf 442 der Garnung. Jupp. So würde er jetzt hier. Oh, was ist das denn? Alles geplant. Das heißt, lange Bälle. Was ist das denn? Ich kann keinen langen Ball machen, Mann. Junge, die sind erstens vom kaputten Barcelona-Spieler kaputt machen. Nein, das darfst du nicht machen. Ja, ich dachte, der kommt raus, halt. Der war so weit draußen. Du, das ist deswegen, das weißt du doch. Ja, weil das Ding ist doch nicht Gott, Alter. Schöne doch, Alter. Immer noch 23 Minuten Zeit. Das war wahrscheinlich die Möglichkeit. Ja, genau, damit du nur mir in die Schuhe schieben kannst. Ja. Weil ich nämlich oben freistand und du nicht passt, du Depp. Johnny Depp? Egal, ich gebe dir gleich Johnny Depp. Und jetzt werde ich sauer. Okay, beruhig dich, Model. Ja, lauf doch weiter, Mann. Ja, bei einem Abseitsraum bin ich hochgelaufen. Ja, und dann warst du aus dem Abseits raus und dann hättest du weiterlaufen können. Depp. Johnny Depp. Okay. Und gleich ein paar. Jetzt mach ihn rein. Das ist das Hammer mit dir. Ach so, jetzt bin ich wieder. Du machst mich fertig. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Du machst mich einfach psychisch fertig. Jetzt ist er drin. Es lauft, Mann. Der ist jetzt drin. Oder nicht. Ich würde, das war eben die Chance. Dabei bleib ich auch. Jetzt. Mann, Kevin, das war die Chance. Dabei bleib ich jetzt auch. Das ist voll verkackt, Mann. Das wäre das 2 zu 1 gewesen. Ohne Scheiß, Mann. Hahaha. Das ist so saubelastend, Alter. Das war nicht nur der Ausgleichstreffer, das war auch noch der Siegtreffer, die wir abgegeben haben. Aber gut, es sind halt noch 10 Minuten Zeit. Ja, klar ist ja nichts. Schaffen wir. Mindestens 2-0. Schaffen wir es nicht. Ich glaube es nicht. Hast du gerade gesagt 2-0? Ja. So, komm, jetzt alles nach vorne. Oh, ja. In die Mitte, genau. Da komme ich ja gar nicht drauf klar. Wenn der da hinköpft, kann ich da nichts für. Oh, schön gemacht. Christ. Nices Ding, Alter. Da ist der Ausgleich, Mann, ihr Fotzen. Mann, das wäre das 3 zu 1. Ja. So, komm, Alter. Jetzt Torpedo-Modus und noch das 2 einzuholen. Ich habe wieder auf 4-4-3. 4-3-3. Ja. Und trotzdem nach vorne. Weil sonst der Brand nämlich hinten als linker Verteidiger und das will ich nicht. Oh, nein, pass. Alter, hättest du den reingemacht, hätte ich so gelacht, Alter. Oh, nein, Alter. Nein, 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 Alter. Ich habe ihn so schön verlängert, dann hast du ihn irgendwie verlängert. Ich weiß nicht wie, aber du hast ihn verlängert und dann... Du musst ihn haben, du musst ihn haben. Birki? Was ist los? Jetzt passt nach vorne, Birki. Oh, Mann. Du kannst sagen, du hast schon gerafft, dass der abgepfiffen hat, schon. Eventuell schon im Aus, Mann. Oh, mach Lack, mach Lack, mach Lack. Nein, warte. Bruder, worauf? Immer wenn du sagst, warte, ist der Ball weg. Ja, deswegen warte. Ha, ich kann ihn nicht steuern. Vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Oh, jetzt müssen wir das 2-1 machen, Alter. Schieß. Nein, Alter. Kevin, warum? Mann. Alter, sind wir Plebs, ey. Oh, mein Gott, das wäre das 4-1 gewesen, ey. Scheiße, Mann. Woll? Nein, Mann. Ey, so unverdient. Sag es dir. Das wäre... Ja, ich sag... Ey, so unverdient, Mann. Gut, Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns bei der nächsten. Bis dann. Na, 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 na. See ya. See ya. See ya.